Oh, T-Bug sieht auch ziemlich fettig aus. Jacky ist schon reingegangen, ne? Okay, was machen wir denn jetzt? Die Tür ist einfach zu. Der hat einfach die Tür zugemacht. Gibt es hier nicht so einen Hinzereingang? Aber hier ist auch noch zu. Hier, ne? Hier wäre das eigentlich. Oder hier, eher gesagt. Ist auch zu. Ähm. Ähm. Oder hier? Ist auch zu. Okay. Ähm. Okay. Open. Close. Open. Okay. Oh, jetzt ist da auch offen. Dr. Vector Windy, Mann. I talked to Dex while you were in with the Doc. He's waiting in his ride. For you. Hey, man. Ich weiß nicht, wie gut ich Bauchreden kann. Hey, brep hier. Hey, brep hier. Hey, brep hier. We made a deal. Auto, Papier. Tschüss, Auto. Yo, also, ich bin beeindruckt, Evelyn. Aber, dass du irgendwie jetzt hier so angeben musst. Mit deiner... Schwebekunst ist auch ein bisschen... Ja, okay. Wir müssen noch kurz warten für die wichtigste Voice Line. You look like a cut and fuckable meat. Are you? That'll do. Oh, TBug, eh. We got it. Later, TBug. Nice work today, see you soon. He-ey. How's things? Whoa, 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 what? Oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy. Tivak hat immer das gestörteste Bild, ne? Der sieht so richtig dumm aus. Seine Jacke möchte nicht eins mit ihm sein. Irgendwas merkwürdiges passiert gerade mit dem Auto. Ich glaube hier sollte jetzt eigentlich Musik sein. Statt was auch immer das gerade für ein Geräusch ist. Runiert so ein bisschen den Moment, ne? So, jetzt schauen wir mal was passiert. Schäden, irgendwas machst du hier falsch. Also irgendwas ist nicht richtig, Schäden. Schäden, hallo? Du musst mit den Händen hier an das... Okay, dann nicht. Okay, also... Okay. Okay. Wow! Musik? Wow! Warum lachen die so? Was? Hört er das? Wer lacht da? Das ist meine Aufgabe hier zu lachen. Wow! 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 Was passiert hier? Hä? Got him! Gell ihm! Gell ihm! Tja! Puff! Ha! Irgendwas ist noch bei dem... Hm. Hm. Hm... Jaa, okay. es gibt doch so schule die quasi so eingebaute rollschuhe haben ich glaube die hießen hier ließ weil die in der hiel also eine hacke sonne so eine rolle hatten egal okay Oh! Oh! W- Hm? W- Okay. Wessen Hand ist das? Judy! Judy, willst du mir irgendwas beichten? Okay, kann ich sie scannen? Nee. Judy hat noch alle hinter, oder? So, jetzt wird's spannend. Aussteigen. Was will der denn jetzt? Okay, der war... Oh! Ich glaube, das ist mein Arm, oder? Mit dem Dingsbums hier? Tja. Oh oh. Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß jetzt... Oh, es passiert was. Okay, so mal sehen. Was passiert jetzt mit dir hinten? Wir steigen aus. What? Come on, V. I'll be the first to admit, this does not... Uuuuuhh... Okay... Yo, also das eiskalte Händchen ist auch dabei. Deine Wand leuchtet aber ganz schön. Wow... Oh... Oh... Ist mir doch gleich aufgefallen hier. Wir sind anscheinend auch dabei. Oder zumindest ein Teil von uns. Oh, Pan Am mit dem eiskalten Händchen. You fucking morons! Was? Hast du geteilt? Let's go. We couldn't retreat, Pan Am. They regrouped so fast. Kontakt mit der A.B. Probably looking for it. Better hurry. We'll see. The tire tracks start there. We'll follow. Ja, tire tracks. I need to catch my breath. Huh? Ich glaube, Saul ist gerade despawned. Es könnte schlecht sein. Follow Saul. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Woah. Woah. Faszinierend. Äh, jo. Don't mind me. Oh, what? 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 I will draw their attention away. What? Hmm, rather clever. That's why I'm here. Very well. I have reached the roof. I'll be in their communication system soon. It's the hair, isn't it? It's the hair, isn't it? We have had eyes on you since you entered, Pacifica. Someone with a van full and that run attack. And that's where I come in. Ich glaube, wir haben einen Krampf in der Hand, ey. Okay, das war jetzt ziemlich... Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ziemlich awkward mit den komischen Sorteffekten, aber... Was soll man dazu überhaupt noch sagen? Also nicht nur das Mikrofon, ne? Und dann irgendwie hat sie jetzt auch so... Bist du noch da, Alt? Nee, ne? Where the hell is rogue? Sit. Stay. Also mit irgendwem haben wir ja jetzt gerade geredet, ne? What? Ich gewinne! Ha, 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 ha. Left oder right? Pfff. Yo! Get your fucking paws off, Ruby! She ain't going anywhere with you! She's on the clock, got it? Okay, Huskel. Mir hängt irgendwie so'n Glas am Daumen. Where to? Martin Street. But take the long way. Ha, 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 ha! Got a light? Uh, Pfeil und Alkohol, das ist gefährlich. Oh, das Glas hängt immer noch an uns. Ha, 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 ha. Äh, nice. You don't seem to hate my living guts. At least so it seemed. Till now. Never thought we'd make it this far. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass wir es hier so weit schaffen. Auch wenn jetzt irgendwie permanent ein Glas in unserer Hand ist und wir gerade irgendwie... Und wir aus irgendeinem Grund das hier machen können. Naja. Oh, wow. Fuckin' scared me, know that. Okay, Johnny. Thought you were... Huh. You just discovered what it takes to become a legend. Grab your iron. Let's mobilize. She attacked me! We wish you a pleasant day. Ah, was geht mit dem Tube? Hey, Johnny. Nee. Ah, ja. Ey, den Smasher! Er kann fliegen! Hm. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hm. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hm. Okay. Johnny Silverhand sende seine Regards. Are you fucking with me now? Oh, wir haben wieder was in der Hand stecken. Naja, das sind wir ja schon gewohnt mittlerweile. Hm. Interessant. Jetzt hab ich schon zwei davon. Oh. Einer bleibt hier? Okay. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020